Heute geht es um die 10 Dinge, ohne die ein Radprofi nicht auskommen würde. Also zumindest als ich noch professionell an Radfahrschnellwettbewerben teilgenommen habe. Radprofis, das ist schon so ein eigenes Völkchen. Viele brauchen besondere Sachen, manche sind Dieven, manche brauchen ein gewisses Verhältnis bei ihrem Pulver. Aber es gibt eben so ein paar kleine Dinge, die braucht jeder Radprofi, ausgenommen jetzt mal Fahrrad, Helm und Schuhe. Und wir starten auch direkt rein, womit jeder Radprofi eigentlich morgens starten muss. Denn Radprofis ohne Kaffee, das ist wie das Armen in der Kirche. Jeder Radprofi, egal wo er gerade ist, hat meistens noch eine eigene Handmühle mit im Zimmer, einen Wasserkocher, um sich dann sein Espresso direkt nach dem Aufstehen brühen zu können. Viele müssen einfach mit einem Kaffee rein starten und dann werden auch nochmal vor dem Start im Teambus mehrere Espresso-Shots getrunken, bevor es dann los zum Start geht. Ein Utensil, was viele Radprofis neuerdings brauchen, ist Haarspray oder Sockenkleber. Bei mir war es noch gar nicht so der Fall, aber mittlerweile sind alle mit diesen Aero-Socken unterwegs und der Bund, der leiert leider relativ schnell aus. Damit man nicht für jedes Rennen ein neues Paar Socken braucht, wird dann Haarspray oder Sockenkleber verwendet, damit der Socken schön oben bleibt, aerodynamischen Vorteil bringt und man nicht als Triathlet beschimpft wird. Sie wären beinahe aus dem Profisport verschwunden. Richtig geraten, die sogenannten Sicherheitsnadeln. Denn die Trikothersteller haben irgendwann mal angefangen, Taschen zu entwickeln, wo man die Nummer einfach reinlegen kann, beziehungsweise reinlegen und aufkleben kann. Aber die UCI hat sich dagegen entschieden und deswegen haben alle Radprofis selbstverständlich Sicherheitsnadeln mit dabei, um ihre Rückennummer aufs Trikot zu machen. Im Reisegepäck von vielen Radprofis wird man solche Feuchtigkeits- oder Reinigungstücher auch auf jeden Fall finden, denn die werden immer sehr gerne vor dem Start verwendet, um damit seine weißen Radschuhe nochmal auf Hochglanz zu polieren, um den Dreck und Schmutz eben nochmal zu befreien. Auch der Helm kann damit gereinigt werden oder auch manchmal die Brille. Wenn man mal seine Tücher vergessen hat, dann kann man auch immer ganz gerne die Mechaniker fragen, denn die haben meistens solche großen Gebinden an Werkstattreinigungstücher, die ebenfalls sehr gut dazu geeignet sind, seine Schuhe nochmal sauber zu machen. Und deswegen, sowas hat jeder Profi im Gepäck. Zu Beginn des Jahres darf bei keinem Radprofi das Bikefitting fehlen, denn meistens gibt es ein neues Rad, ein neues Modell vom Sponsor oder es gibt ein paar neue Schuhe und deswegen gehen viele Radprofis zum Bikefitter des Vertrauens, wo sie dann mit der besten Position auf ihrem Rennrad eingestellt werden. Meistens gibt es zu dem Bikefitting auch noch ein paar Einlegesohlen mit für die Radschuhe, um gegebenenfalls Fehlstellungen zu vermeiden oder die Kraftübertragung zu verbessern. Und ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, ohne meine geliebten Einlegesohlen zu fahren. Wir bleiben beim Thema Schuhwahl und ich habe sie immer noch an, wahrscheinlich alte Gewohnheit. Die guten alten Badelatschen, Adiletten oder wie man sie auch nennt. Jeder Profi hat solche Dinger, denn damit lässt sich einfach vom Hotelzimmer schön zum Training runter, zum Teambus schlappen oder einfach im Teambus auch rumlaufen. Deswegen, jeder Radprofi hat solche Badelatschen. Für nach dem Rennen in der Dusche sind sie auch gut geeignet, dann holt man sich wenigstens keinen Fußpilz. Was wären die Profis auch ohne ihre Zahlen und Daten? Und deswegen kann, glaube ich, kein Radprofi heutzutage mehr ohne seinen Radcomputer auskommen und dem zugehörigen Leistungsmesser am Fahrrad. Deswegen, alle Zahlen müssen jederzeit überwacht werden. Die Trainer verlangen auch ständige Kontrolle der Wattzahlen und Leistungsdaten. Und so ein Radcomputer, wenn man den vergisst im Training oder im Training vorher aufzuladen, dann kann kein Radprofi losfahren. Und was wären die Radprofis mit ihren Zahlen und Daten, wenn sie es nicht irgendwo auf einer Plattform hochladen könnten, wo diese ganzen Daten ausgewertet werden und in Relation gesetzt werden? Sei es TrainingPeaks für die professionelle Trainingssteuerung oder eben Strava, wo man sich mit einem neuen KOM gegen die Konkurrenz messen kann beziehungsweise mal ein Statement setzen kann, wie zum Beispiel Thomas Pitcock, der ja angeblich am Kolderad diesen bekannten Testberg bei Alicante eine absolute neue Fabelzeit aufgestellt haben soll, aber direkt danach seine Fahrt wieder gelöscht hat. Deswegen Datenauswertung und ein bisschen psychologische Kriegsführung, das braucht jeder Radprofi. Essen ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist ein längst überholter Satz aus vergangener Zeit. Was wären die guten Radprofis heutzutage ohne ihre Kohlenhydrate? Die werden sich stundenweise immer 90 bis 100 Gramm bei der Fahrt einverleiht und auch vor und nach dem Rennen wird mittlerweile ordentlich gegessen und man muss schauen auf die richtige Kohlenhydratanzahl und die richtigen Kohlenhydrate zu kommen. Und was wären unsere guten alten Breitensportveranstaltungen ohne die Pasta-Party davor? Auch solche Mehrfachstockdosen sind wirklich bei vielen Profis mit im Reisegepäck, denn wenn man zu zweit sich ein Zimmer teilt und der ganze Tag so vorübergegangen ist, dann muss am Abend eine Menge aufgeladen werden. Instagram-süchtig sind die Radprofis sowieso mittlerweile alle, deswegen das Handy muss geladen werden, der Radcomputer muss aufgeladen werden, der Laptop für Netflix und Co. und vielleicht auch noch ein iPad und dann noch hier irgendwie das Fitnessarmband. Deswegen, solche Mehrfachsteckdosen sind immer sehr nützlich bei Reisen, eben in Hotels, denn oft sind da wenig Steckdosen verfügbar und damit man eben einfach alles gleichzeitig laden kann, hat immer einer so eine Mehrfachsteckdose dabei. Und was auch ganz wichtig ist, man muss das richtige Modell von Mehrfachsteckdosen nutzen, denn wenn man so einen Kippschalter hat, dann kann man natürlich irgendwie Strom sparen, wenn man es nicht braucht, aber das leuchtet unangenehm im Dunkeln und kann bei dem einen oder anderen Teamkollegen böse aufstoßen. Das waren die Top 10 Dinge, die bei keinem Radprofi, also meiner Meinung nach aus, fehlen dürfen. Jetzt sind meine Ex-Kollegen und Kolleginnen gefragt. Also, liebe Radprofis, die das Video vielleicht schauen, was fehlt auf der Liste oder was könnte man noch dazu schreiben? Ich bin gespannt auf die Antworten, aber auch alle anderen können gerne in die Kommentare reinschreiben, welches dieser Dinge sie selber nutzen, auch wenn sie irgendwie in den Radurlaub fliegen. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da so alles zusammenkommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal GCN auf Deutsch. Da gibt es viele andere Videos auch, nicht nur für Radprofis. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020